willkommen zurück bei father and son play for fun jetzt der zweite teil am samstag und natürlich wird auch im zweiten teil zuerst der hund gestreichelt da hinten auf der minimap da sehe ich schon unser erstes oder unser letztes opfer in anführungszeichen denn ein müssen wir noch mit dem verstärkten lasso fesseln und das machen wir auch gleich aber erst mal stärken hier so rauf aufs pferd so wer ist wer den in der mitte brauchen wir den müssen wir übrig lassen den mauer fertig ja schon ein bisschen angefressen und damit sollten wir genau das nächste erledigt haben er kommt immer auf hier will er nicht aufheben dann bringen wir den maim nach strawberry wo liegt der andere kandidat da das geld nehmen wir auch noch mit da kommen wir machen die kompagnon mal fit hier das kann er gut haben eigentlich er reagiert gar nicht doch da seht ihr das da wird dann nervös dann geben wir den fixer ab ja dann sammeln wir vielleicht nachher doch noch die blumen war ein oder die schatzkarte die nehmen wir natürlich auch noch mit oder jetzt habe ich glaube ich aber langsam schatzkarten genug wobei das kann man ja nie genug haben und schon gehen wir den kollegen ab hier jep das ist für ihn ja und jetzt fehlt uns ja gar nicht mehr so viel na ja eine aktion noch wenn ich das vorhin geschafft hätte ja gut hätte hätte fahrradkette schwarzbrenner wird nichts das dauert mir die münze können wir noch holen tja wo wollen wir denn mal hin ach kommt wir holen uns da die letzte pflanze Zug fahren können wir ja auch noch ne da können wir noch mal aufräumen aber wir holen uns jetzt hier das vogelei auf jeden fall ich weiß gar nicht was das ist haben wir hier noch ein taschenhörnchen das war noch betäubungs munition dafür ist sie auch zu teuer ne da hinten räumen wir jetzt nicht auf da hab ich keine lust das war ein scheides hütchen aufsetzen hier was ist das denn überhaupt hier wo und was ist das denn auch so ein geierei oder sowas ja dann auf zu madame ja man auch kräftelt ein hier und jetzt haben wir ja richtig viel zeit da war ich sehr optimistisch wenn ich jetzt die nächste also eine münze noch finde dann hätten wir die neuen rollen herausforderung fertig und in der allergrößten not machen wir ja nur ne karte auf und fertig wo ist das ding da ist es aber ich möchte ungern ne karte dafür verschwenden heute da ist die schöne musik der madame oh wir haben sogar einen satz fallspitzen fertig hier so was gibt es dafür 1500 da können wir nicht meckern so was haben wir sonst noch naja ein kann weg alles was man mehr als vier hat finde ich kann weg damit man sich nicht ärgern muss nicht dass wir irgendwann was nicht mitnehmen können ja das ist das ist aber es ist wert das wie ein set das ist wie ein set das ist 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 sehr eine Menge zurück und die Oh, ein guter Whisky. Und das auch noch. Dann kaufen wir natürlich noch Karten nach. Meine geliebten Wildblumen, ne? Und jetzt, wo wir noch so viel Zeit haben. Hier könnte eine Münze sein. Ne, ne, da reiten wir schon hier rum, ne? Ah, Moment mal. Na, schön ist es, dass ich hier eine Honig, ne? Ja, und gute Laune haben die auch selten. Aha. Wo ist er? Da ist er. Das kann böse enden, na, das wisst ihr. Also es hat ja schon ein paar Mal geklappt, dass er mich zerlegt hat. Und damit haben wir es erledigt. Mal den hier anlocken. Jetzt hat das Pferd ihn auch geschnallt hier. Ja, der Bock hat, der Bock hat keinen Bock. So. Ich hoffe, der kommt ein bisschen hinterher. Ah, ich brauche hier freie Sicht, sonst wird das nix. Jetzt kommt er. Jetzt adder mich. Weil jetzt wirft mich das Pferd ab. Und so oft werfe ich den jetzt nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Deine Internetverbindung wurde unterbrochen. Bitte stell sie wieder her. Und da oben steht Serververbindung mit einer Zwergfunktion für die Spiele oder dieser App wurden. Was? So schnell konnte ich gar nicht lesen. Ja. Achtung, ihr könnt es lesen. Irgendwas ist hier abgeschmiert. Dann ist die Folge leider auch schon zu Ende. Und da seht ihr, alles live. Immer direkt drauf gesprochen. Nicht im Nachgang. Mit Tonspur versehen, sondern direkt Ruff. Ja, aber wir haben ja die neuen Rollenherausforderungen geschafft. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bedanke mich nochmal für euren Besuch. Und sage bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.